Hallo, ich möchte heute eine Krawatte häkeln. Gehäkelte Krawatten sind bei jungen Männern im Moment ja sehr beliebt und sie sind auch von ungeübten Anfängern in wenigen Stunden schnell gehäkelt. Ich habe hier eine Dreier-Häkelnadel und da schlagen wir als erstes elf Luftmaschen an. Schaut in die Videobeschreibung für weitere Informationen, was die Lauflänge und dieses Garn angeht. Auf jeden Fall nehmen wir jetzt erst mal elf Luftmaschen auf. Wir häkeln mit festen Maschen und nach jeder Reihe nehmen wir eine Wendeluftmasche oder Anfangsluftmasche, wie ihr möchtet. Das heißt, eine Luftmasche zusätzlich. In die zweite Luftmasche ab der Nadel eine feste Masche. Und die ganze Reihe. Noch eine. Wir häkeln jetzt so lange, bis wir 50 Zentimeter erreicht haben. Musik So wir sind jetzt fertig, die Krawatte ist 50 cm lang. Dann nehme ich auf beiden Seiten je eine Masche ab, indem ich beim Wenden keine Luftmaschen mache. Und zwar sieht das jetzt so aus, wir machen jetzt keine Luftmasche, wir drehen, wir stechen nicht in die erste ein, sondern hier rein, somit haben wir gleich eine Masche abgenommen. Es wird jeweils am Anfang einer Reihe abgenommen. Würde man am Ende einfach die letzte Masche nicht mithäkeln, ergebe das einen unschönen Rand. Wir häkeln jetzt auf die andere Seite. Und machen das gleiche nochmal. Hier ist die letzte Masche. Also ohne Luftmasche drehen wir und nun stechen wir hier rein, das heißt, wir haben jetzt eine abgenommen, häkeln noch bis zum Schluss, jetzt haben wir noch neun Maschen. Wie sieht das aus? Und zwar haben wir jetzt zwei Maschen abgenommen und wir häkeln die nächsten zwei Reihen neun Maschen. Also zwei Reihen häkeln wir jetzt erstmal, bevor wir wieder zwei Maschen abnehmen. Nun machen wir aber eine Wendeluftmasche und hier in die erste. wieder eine Luftmasche, in die erste Masche und in den acht weiteren Maschen. jetzt haben wir zwei Reihen gehäkelt und nun nehmen wir wieder zwei Maschen ab, jeweils am Anfang der Reihe und zwar wieder ohne Luftmasche drehen wir, also wenden und dann stechen wir in die zweite Masche rein. Somit haben wir gleich eine Masche abgenommen. Nun wieder wenden und die Reihe häkeln, das heißt es sind jetzt noch sieben feste Maschen. diese sieben festen Maschen häkeln wir bis sie lang genug sind, um den Schlips zu binden. Also wieder eine Wendeluftmasche, da kann man gut die Schrägung jetzt erkennen. Ihr könnt ja auch zwischendurch mal anprobieren und die Krawatte wickeln und schauen ob das dann mit der Länge hin kommt. so die Krawatte ist jetzt fertig und jetzt sage ich euch wie lang ich das gehäkelt habe. das schmalere Teil habe ich 52 cm nach den Abnahmen gehäkelt. so jetzt können wir die Fäden vernähen und dann ist es schon fertig. und das ist es für mich. Also findet ihr mit der Krawatte in den Abnahmen genutzt. So dass die Krawatte nicht so richtig gut zerschmeckt haben, dass die Krawatte nicht so richtig gut ändern. Dass das wie eine Krawatte ist, weil das Krawatte nicht bei der Krawatte ist. rätsel ist ja. Aber die Hände soll das richtige Krawatte nicht in den Binnenkampen nicht mehr so richtig. So, wie das Binnenkampen ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.